Herzlich willkommen zu diesem Videodreh über Arbeitsrecht für Forscher und Forscherinnen an den Universitäten. Vielleicht ganz kurz zu mir, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Michaela Windischkretz, ich bin Professorin am Institut für Arbeits- und Sozialrecht und habe dadurch fachlich eine ziemlich nahe Beziehung zu diesem Thema. An den Unis wird in vielerlei Hinsicht Forschung betrieben, das betrifft nicht nur die fachlichen Themen, die fachliche Forschung, die von Chemie bis Rechtswissenschaften reicht, sondern auch die Vielfalt finden wir auch abgebildet in den Rechtsverhältnissen, in denen Forscher und Forscherinnen zur Universität oder zu anderen Rechtsträgern stehen. Wenn wir uns nur Forscher und Forscherinnen vorstellen, wir haben von Universitätsprofessoren und Professorinnen über Prä-Docs, Post-Docs bis zu den Studienassistenten und Assistentinnen eine Vielzahl von verschiedenen Typen von Forschern und Forscherinnen und die auch unterschiedliche Rechtsgrundlagen zu beachten haben. Das heißt, in diesem Video möchte ich Ihnen zunächst einmal einen Überblick geben über die schon genannten Gruppen und deren Rechte und Pflichten und dann möchte ich einige Spezialprobleme ansprechen, die sich im Forschungsbereich immer wieder stellen. Kommen wir zunächst einmal zu den Rechtsverhältnissen. Sie sehen hier vier Gruppen, Vertragstypen, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen-Typen abgebildet, wobei man bei der ersten Gruppe sagen muss, dass es hier um Personen geht, die keine Verträge haben, sondern aufgrund eines Bescheids hoheitlich ernannt worden sind. Das sind nämlich die Beamten und Beamtinnen, die nach wie vor ein Dienstverhältnis zum Bund haben. Durch die Ausgliederung der Universitäten gibt es diese Personen immer noch. Das heißt, wir haben immer noch vor allem ältere Personen, die ein Dienstverhältnis zum Bund haben und nicht zur Universität selbst und für die daher das Beamtendienstrechtsgesetz neben dem Universitätsgesetz einschlägig ist. Diese Beamten und sind der Universität Dienst zugewiesen. Ja, und dann haben wir die zweite große Gruppe, die aus den weiteren drei Vertragstypen von Arbeitenden bestehen. Wir haben hier zentral die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Also das ist, würde ich mal sagen, sicher die größte Gruppe von Personen, die an einer Universität forschen. Daneben haben wir aber auch freie Dienstnehmerinnen, die aufgrund eines freien Dienstvertragesforschen und Werkunternehmer, Werkunternehmerinnen, die einen Werkvertrag zur Universität haben. Vielleicht ganz kurz, was macht diese Vertragstypen aus? Ein Arbeitsvertrag ist ein Dauerschuldverhältnis. Das heißt, man schließt einen Arbeitsvertrag zur Erbringung von Dienstleistungen, Forschungsleistungen auf Zeit. Das kann jetzt unbefristet oder befristet sein und außerdem werden diese Leistungen dann in persönlicher Abhängigkeit erbracht. Persönliche Abhängigkeit heißt, diese Personen sind weisungsgebunden an Weisungen des Dienstgebers aus der Universität in zeitlicher, örtlicher und arbeitsbezogener Hinsicht. Freie Dienstverträge sind auch Dauerschuldverhältnisse. Das heißt, sie werden auch befristet oder unbefristet abgeschlossen. Hier fehlt allerdings die persönliche Abhängigkeit. Also einen freien Dienstvertrag kann man im Grunde nur haben, wenn man entweder zeitlich oder örtlich komplett umgebunden ist oder ein wichtiger Punkt sich vertreten lassen kann. Und dann haben wir noch die Werkverträge. Das ist ein ganz anderer Vertragstyp. Hier wird ein bestimmtes Ziel, ein Erfolg versprochen. Der Vertrag ist erfüllt, wenn dieser Erfolg erbracht ist. Und Forschungsleistungen sind durchaus aufgrund von Werkverträgen denkbar. Dass man zum Beispiel vielleicht bestimmte Artefakte katalogisieren soll und sobald die Katalogisierung fertig ist, ist dieser Vertrag erfüllt. Also auch Werkverträge sind durchaus üblich und denkbar. Was macht das von den Rechtsfolgen her für einen Unterschied, welchen Vertrag ich habe? Sozusagen die beste arbeitsrechtliche Absicherung haben Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Für die gilt das Angestelltengesetz und der Kollektivvertrag für die Angestellten der Universitäten. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen haben auch Entgeltfortzahlungsansprüche, zum Beispiel im Krankheitsfall oder Urlaubsansprüche. Das heißt, sie bekommen auch Geld, wenn sie nicht arbeiten. Das fällt bei den anderen Vertragstypen weg. Also freie Dienstnehmer, freie Dienstnehmerinnen sind in ihrer rechtlichen Position weniger abgesichert. Für sie gilt weder das Angestelltengesetz noch der Kollektivvertrag. Entgeltfortzahlungsansprüche, Urlaubsansprüche und so weiter gibt es nicht. Und dasselbe gilt für die Werkunternehmer und Werkunternehmerinnen. Also auch hier gilt weder das Angestelltengesetz noch der Kollektivvertrag. Ja, nach dieser Einführung zu den Vertragstypen schauen wir jetzt auf einzelne Rechtsprobleme, die sich, wie man sich immer wieder mal stellen könnte oder die sich stellen, die man fragen, die man sich fragen kann. Zunächst einmal die Frage, wer muss denn oder darf zu welchem Thema forschen? Und ich habe hier das Recht auf Forschung in den Vordergrund gestellt, weil ich mal denke, die Verpflichtung zu forschen, wenn man einen bestimmten Vertrag abgeschlossen hat, die ist vielleicht eh klar. Das Recht zu forschen oder welche Freiheit man im Forschungsbereich hat, ist unterschiedlich, auch wieder geregelt, je nach den Personentypen. Wir haben auf der einen Seite mal die Universitätsprofessoren und Professorinnen, die nach dem Universitätsgesetz für die Forschung und auch ihre Lehre verantwortlich sind. Das heißt, die sind die Personen, die im Rahmen ihres Vertrages, ihres Faches Forschungsprojekte organisieren sollen, anleiten sollen, durchführen sollen. Dann haben wir als zweite Gruppe die wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Für die steht im Universitätsgesetz nur, dass sie zur Mitarbeit in Forschung und Lehre gedacht sind. Das klingt also jetzt nicht nach selbstständiger Forschung. Hier hilft dann allerdings der Kollektivvertrag. Der betont nämlich auch die selbstständige Forschung von wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Das heißt, aufgrund des Kollektivvertrages haben auch diese Personen das Recht, selbstständige Forschung durchzuführen. Und das macht auch Sinn, wenn diese Personen ihre Dissertationen schreiben sollen und sich wissenschaftlich weiterentwickeln sollen, dann müssen sie letztlich auch selbstständige Forschung betreiben können. Im Zusammenhang damit ist auch eine Bestimmung im Universitätsgesetz ganz wesentlich, nämlich betreffend das Veröffentlichungsrecht. Das heißt, jeder Universitätsangehörige hat das Recht, eigene wissenschaftliche Arbeiten zu veröffentlichen. Also das heißt, niemand an der Uni kann einem verbieten, mit den eigenen Forschungsergebnissen auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, und diese Rechte sind abgesichert durch grundrechtliche Positionen, durch die Gewissensfreiheit und die Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre. Beide dieser Punkte sind im Universitätsgesetz genannt. Wissenschaftsfreiheit heißt Freiheit in der Methodik, in den Forschungsthemen und Ergebnissen. Und die Gewissensfreiheit bedeutet, ist geregelt in § 105 Universitätsgesetz, bedeutet, dass Universitätsangehörige Forschung oder die Mitarbeiter in Forschung ablehnen können, wenn sie es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können. Das heißt, wenn hier irgendwelche ethischen Gründe entgegensprechen, zum Beispiel Forschung mit Tierversuchen oder Forschung für die Entwicklung von Kriegsmaterial. Ja, dann eine weitere Frage, die sich in der Praxis immer wieder stellt, ist, inwieweit darf man denn Forschung für andere betreiben? Also, dass Forschung für die Universität stattzufinden hat, das ist aufgrund der Verträge und ist, glaube ich, klar. Aber die Frage ist, inwieweit darf man eigentlich für andere auch forschen, Forschungsaufträge annehmen und dafür auch Geld bekommen? Also, Beispiele gibt es da ganz viele. Das reicht von dem bloßen Auftreten auf wissenschaftlichen Kongressen, wo man seine Forschungsergebnisse vorstellt und dafür vielleicht ein Honorar bekommt. Also, auf manchen Tagungen bekommt man durchaus was, wenn man vorträgt. Genau dasselbe bei Publikationen. Wie ist das? Darf ich meine Forschungsergebnisse publizieren und vom Verlag ein Honorar dafür bekommen? Muss ich das meiner Universität melden? Ist das schon Forschung für andere oder ist das eigentlich vielleicht eh noch Forschung für die Universität? Und wie schaut es aus mit Drittmittelforschung, Forschungsaufträge, Gutachtensaufträge, die man für private oder öffentlich-rechtliche Auftraggeber annimmt? Hier sind zwei Themen vielleicht zu besprechen. Das erste ist einmal das Thema Nebenbeschäftigung. Inwieweit ist Nebenbeschäftigung eben für andere zulässig? Und diese Nebenbeschäftigung, da ist auch viel denkbar. Das reicht eben wirklich von der Frage, ist ein Vortrag auf einen wissenschaftlichen Kongress, für den man ein kleines Honorar bekommt, ist das schon Nebenbeschäftigung? Muss man das der Universität melden? Wie schaut es aus mit Beschäftigungen oder Lehraufträgen, sagen wir mal, an anderen Universitäten oder an Fachhochschulen? Und so weiter und so fort. Hier muss man sagen, dass das Universitätsgesetz selbst nichts regelt. Allerdings haben wir eine Bestimmung dazu im Kollektivvertrag für die Universitäten, nämlich in § 12. Und da heißt es einmal, dass jede erwerbstätige Nebenbeschäftigung der Universität zu melden ist. Also hier haben wir eine Meldepflicht. Allerdings nur, wenn man dafür Geld bekommt. Der zentrale Punkt ist aber immer noch die Frage, was ist Nebenbeschäftigung? Es sind nur Nebenbeschäftigungen zu melden, wenn man dafür eben, wie gesagt, Geld bekommt. Und nicht das, also das muss nicht gemeldet werden, was ich meiner Universität sowieso schulde, nämlich Lehrer für die Universität, Forschung für die Universität. Und da muss man also sagen, dass, also muss man sich fragen, was gehört zur Dienstpflicht? Was ist im Rahmen des Dienstvertrages alles geschuldet gegenüber der Universität? Und es ist wohl keine Frage, dass gegenüber der Universität geschuldet ist, dass man erstens forscht und zweitens diese Forschungsergebnisse auch veröffentlicht. Also das ist wohl auch das Interesse einer Universität. Das heißt, die Forschungsergebnisse, die man auf wissenschaftlichen Kongressen vorstellt oder die man publiziert bei Verlagen, sind keine Nebenbeschäftigung. Das heißt, selbst wenn man dafür Geld bekommt, ist hier keine Meldepflicht. Ja, das zweite ist Unterlassungspflichten. Also wenn eine Nebenbeschäftigung dienstliche Interessen beeinträchtigt, also wenn eine Nebenbeschäftigung so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass damit zu rechnen ist, dass man seine Pflichten an der Universität nicht mehr gebührend erfüllen kann, dann hat man eine Unterlassungspflicht beziehungsweise hat dann die Universität auch die Möglichkeit, diese Form von Nebenbeschäftigung zu untersagen. Also es geht hier auf der einen Seite, würde ich sagen, in der Regel um zeitliche Überbelastung und auf der anderen Seite auch um Konkurrenzverhältnisse. Wenn man zum Beispiel mit einer anderen Universität, mit der die eigenen in einem gewissen Konkurrenzverhältnis steht, wenn man dort auch Lehraufträge in Anspruch nehmen will, dann ist da durchaus ein Interesse der eigenen Universität, so eine Form von Nebenbeschäftigung zu untersagen. Ja, und der zweite Punkt, um den es hier geht, ist eine Form von gesetzlich geregelter Nebenbeschäftigung, nämlich das ist die sogenannte Drittmittelforschung, die in § 26 UG geregelt ist. Hier heißt es, dass die Universitätsangehörigen das Recht haben, auch Forschungsvorhaben für Dritte durchzuführen, mit denen man Forschungsprojekte vereinbart und wo der Dritte auch Auftraggeber ist und dieses Forschungsvorhaben finanziert. So eine Drittmittelforschung ist meldepflichtig und sofern man die Infrastruktur der Universität oder andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Universität hier einbezieht, dann ist der Universität ein Kostenersatz zu leisten. Ja, und zuletzt möchte ich noch eine Frage ansprechen, die auch immer wieder Probleme bereitet beziehungsweise Fragen aufwirft und das ist die nach den Immaterialgüterrechten, also Rechte, die an sich Forscher, Forscherinnen, Autoren, Autorinnen höchstpersönlich erwerben und wo sich aber die Frage stellt, wenn man in einem Dienstverhältnis steht, inwieweit hat nicht der Dienstgeber einen Anspruch auf zum Beispiel Patentrechte oder Urheberrechte an den Arbeiten, die seine Mitarbeiter gemacht haben. Und hier kann man zwei Sonderregelungen hervorheben. Auf der einen Seite haben wir eine Bestimmung über Diensterfindungen im § 106 Universitätsgesetz. Was sind Diensterfindungen? Also ich denke mir, die können häufig im technischen Bereich oder im naturwissenschaftlichen Bereich stattfinden. Das heißt, Diensterfindungen sind Erfindungen, die, wenn sie mit Mitteln des Dienstgebers aus der Universität zustande kommen, wenn sie durch die Anregung im Unternehmen, also in der Universität zustande kommen, wenn sie irgendwie aus dem aus dem dienstlichen oder im Rahmen des dienstlichen Umfeldes stattfinden. Und in einem solchen Fall, sagt das Universitätsgesetz, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin eine Diensterfindung macht, hat der Rektor die Möglichkeit, die Rechte daraus an sich zu ziehen. Er muss das allerdings dann nach der Meldung binnen drei Monaten bekannt geben. Ja, und der zweite Bereich, den ich hier erwähnen möchte, sind die Urheberrechte. Also etwas, was sicher im geisteswissenschaftlichen oder im rechtswissenschaftlichen Bereich häufiger vorkommt als die Patentrechte, die Diensterfindungen. Urheberrechte hat eine Person an ihren Texten, an ihren sonstigen Werken und es bedeutet das Recht, die Werke zu veröffentlichen, zu vervielfältigen und zu verwerten. Und jetzt kann man diese Rechte, diese Urheberrechte übertragen. Auf der einen Seite an den Dienstgeber. Der Dienstgeber kann ein Recht haben oder ein Interesse an diesen Rechten, beziehungsweise, was in der Praxis eben sehr häufig vorkommt, in den Verlagsverträgen. Also wenn man seine eigenen Forschungsergebnisse veröffentlichen möchte, überträgt man in der Regel aufgrund des Verlagsvertrags genau diese Rechte zur Vervielfältigung, zur Verwertung. Wenn man da genaueres wissen möchte, muss man einfach in die jeweiligen Verträge schauen. Das heißt, man muss sich seinen eigenen Dienstvertrag mit der Universität anschauen, inwieweit man Urheberrechte an die Universität übertragen hat, beziehungsweise, wenn man Verlagsverträge abschließt, sollte man auch dort hineinschauen, was genau man dem Vertrag für Rechtspositionen überträgt. Ja, und auch hier noch einmal ein ganz wesentlicher Punkt, vor allem für jüngere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Im Paragrafen 106 Absatz 1 Universitätsgesetz ist das Recht verankert, wenn man an Forschungskooperationen teilgenommen hat als Mitarbeiterin, dass man als Mitautorin genannt werden muss. Also man hat das Recht, als Mitautorin genannt zu werden, wenn man eigenständige Texte im Rahmen eines Forschungsprojektes, im Rahmen einer Publikation formuliert hat. Ja, damit komme ich hier zu einem Ende. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und einige Fragen werden dann vielleicht noch im Interview geklärt werden können.